Quasi-Modo, du kannst denken an wen du willst. Aber Meister hat gesagt, ich darf nicht. Er kann dir nicht vorschreiben, woran du denkst oder nicht denkst. Und du schaust sowieso jede Nacht da hinunter. Aber das ist jetzt anders. Alles ist jetzt anders. So oft sah ich ein paar da draußen und mir wahr, als hüllte sie die Liebe ein. Sodass die Welt um sie erhellt ist, als wird es Licht des Himmels sein. Ich sehnte nicht danach, doch wenn mein Herz auch brach, ich hab gewusst, ich bleib allein. Denn ein Gesicht, das so entstellt ist, wird nie Licht des Himmels sein. Doch plötzlich hat ein Engel mich angesehen, als wollte mich von meinem Fluch befreien. Ich träum seit diesem Tag, dass sie mich wirklich mag. Und durch die Glocken fällt ein Schein in meinen dunklen Turm hinein. Das muss das Licht des Himmels sein. Tag der Herr Untertitelung des ZDF, 2020